hallo und herzlich willkommen bei wetter campbell ich bin heute hier auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel kings of avalon viel spaß und da sind wir jetzt auch schon wieder gleich erstmal nehmen kratz bestätigen ein euro nicht bestätigen allianz forschung ok nachrichten egal mal system oh hier gibt es etwas mitmachen zack raus und einsammeln verwalten alle anwählen alle löschen alle löschen alle mühe rauslöschen hier ok was haben wir noch hier eine truhe gegensteck hier sind Truhen 60 Touren öffnen Ich glaube ich brauche ein Herz Ach und einmal Einmal Heu 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 Jetzt habe ich Heu und Holz fast gleich viel Das passt Was kann ich hier bauen Ich kann meine Leute ausbilden Also letztens gar keine ausgebildet Null, Null, da Verbessern Jawoll Die nächsten ausbilden Null, Null Verbessern Ausbilden Und hier Null, Null, Null Ok Nur ausbilden Und was haben wir hier Null, Null Verkästern Verkästern Ja Was ist das? Reparieren Halbe Schule Ok, kein Problem Ein Weihnachtsbaum Heute ist der 21 Heute ist der 21 Auf Level 15 sein Für die Silberschmiede Ich bin 14 Bin ich ja schon gleich Ach, Stadtmauer Fall und Fabrik 1,6 Millionen Holz Puh Ach, kriege ich so viel Erz her Äh, Holz Und Erz auch Ich glaube Erz wird noch gehen Aber Holz 1,2 Millionen Das ist heftig Was war da noch? Falsche Fallenfabrik C-Gewert C-Gewert Na gut, fahren wir mit C-Gewert an Dauert noch eine halbe Stunde Ok Ok, ok Dann geht es jetzt so weiter So weit haben wir hier schon alles Die roten Punkte abarbeiten Sind auch nicht all zu viele rote Punkte Für mein Lord Erhöht sein VIP Punkte Erhöht sein VIP Punkte Ich muss sehen 50 Stück sind 500 Nice Und hier habe ich VIP Eintrag Ja Ja, ok Das brauche ich glaube ich jetzt gerade nicht Glaube ich Ansonsten Was habe ich denn noch? Allianz 1 Schließfach Oh, ich habe 8 Gold bekommen Lieben Dank Allianz Kann ich denn den Drachen Kann ich denn den Drachen entnehmen? Und Und Ja Dann gehen wir mal auf die Dailies Teiglich Verbesser auch ein Gebäude Sind noch alle 3 frei? Führe einmal Führe einmal Forschung durch Sind noch alle 3 Forschung 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 ist doch hier irgendwo das Forschung Aus Nein Wollen wir die einmal schnell fertig Beschleunigen wir Ich muss 45 Okay Okay, all right. Oh, the meat is almost empty. Oh, I have to. Okay, all right. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Schleunigen wir. Fertig. Dann machen wir trotzdem noch mal eine andere Forschung im Gange, die etwas länger dauert. Drei Stunden. Eine Stunde. Drei Stunden. Drei Stunden. Verentwicklung. Bewirtschaftend. Holzproduktion. Sechs Minuten. Warum habe ich die nicht genommen? So einlöst. Holz am Ende. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Ich bin doch doof. Verteidigung. Sechs Sekunden. Ach. Drachengeist. 45 Sekunden. Ein Tag. Das ist schon mal gut. 30 Minuten. 30 Minuten. Eine Stunde. 30. Drei Stunden. Ich nehme den Tag hier. Austrohalle mit. Preuss war nicht. Vielleicht komme ich sowieso nicht weiter. Oh, jetzt habe ich kein Holz mehr. Steht. Das ist ein bisschen passiert. Das ist ein bisschen passiert. Es ist ein bisschen passiert. Okay. Ich glaube, ich kann nur zwei suchen. Ich suche zweimal arbeiten, da bin ich schon auf dem Weg. Ja, mehr kriege ich. Und da rechts. Okay, dann gehen wir mal... Für die Stadt rein. Die muss ich finde ich ein bisschen schöner. Einmal hier die beiden einsammeln, dann schauen wir weiter. Forschung abgeschlossen. Aus dem Sammel mache ich ja gerade. Spenden. Einmal. Okay. Böde zwei Truppen, sind wir dabei. Und Gebäude verbessern. Guck mal, können wir jetzt auch machen. Bäm. 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 Drei Stunden. Beschleunigen. Bäm. 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 Was sind denn die kleinsten? 12, 12, 14, 13, 12, 12, 14, 12, 14. Sie sind am Bauen. Das war's. 12, 12. Tauschbörse. Hm. Hier war ich noch nie drin. Okay, das sind halt, wenn ich mit Leuten aus der Allianz was tauschen möchte. Da bin ich. Hm. Nun. Der kommt herum. Doch, dass Du вот das nicht möchtest. Da immer zurück,��ang история mir wird. Puh... 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe loо ungeää. Und was ist besser zum Verbessern? Okay, das geht noch gar nicht. Da brauche ich mal Holz für... Bei dem, dann nimmt er. Verschleunigen. Jawohl. Und die tägliche Quest ist auch fertig. So, verbessere Gebäude, dreimal angeschlossen. Das war schon mit dreimal angeschlossen. Ja, jetzt kann ich nur noch warten. Schon mal eins zum bauen schicken. Soll er das hier mal bauen? Oder... Was war denn noch schön zum bauen? Hm, 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 hm. Überst du nimmst Holz. Ich glaube, ich habe mich als Holzproblem. Ein klitzekleines Holzproblem. Der Brunnen? So kann der Brunnen brauchen wir alles. Übungsplatz auch. Dann haben wir mal den Turm. Einziges, was ich noch bauen kann. Lol. Gut. Ich würde mal sagen, das war's. Ich kann nichts machen. Ich muss jetzt auf... Meine Ressourcen warte. Die sind gerade angekommen. 6000. Wie viel brauchte ich? 300.000? Schauen wir mal. Da haben wir. Forschen. Fabrik. Fachturm, bin ich dabei. Ah, hier. 500.000. Also 100.000 habe ich. Also 420.000 noch ungefähr. Also ich müsste mit einmal 200.000 abfarmen. Da muss ich mal gucken, ob ich hier... Da bin ich noch mal abfarmen. 6 Minuten. Ah, Allianz. Äh, nee, nicht Allianz. Da muss ich mal gucken. Suchen. Seegewerk. Hier ist Holzlimit 2. Besetzen. Das sind 10.000. 6000. 10.000. 10.000. Okay. Da ist noch ein Level 2. Dann suchen wir weiter. 3. Gibt's nicht in dieser Gegend. Ha. Ja, dann... Da kann er mal weiter suchen. Ich hoffe, die kommen auch gleich wieder. 5 Minuten noch. Ja, 5 Minuten noch. Den Namen in Drachen ist, wir sind zu schnell. Da ist der Drache eingezeichnet. Weil ich ja auch was auf den Abfam-Skill gemacht habe. Und fürs nächste Mal weiß ich, ich muss bei Forschung. Ich muss bei Forschung... Ich muss bei Forschung... Bei Forschung... Bei Forschung... Bei Forschung... Hier Wirtschaft... Machen... Holzproduktion... Und Holzammeln. Bin ich dann schneller oder... Ich sage mal, Geschwindigkeit für Holz. Ja. Ist schneller. Also die beiden. Nächstes Mal. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Nicht viel geschafft. Aber ich glaube, das Ticket die 10 Minuten haben wir trotzdem erfüllt. Und da. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Da hin. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Ciao, ciao.